Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen, liebe Zuschauer, zum SG Index Check am Mittag, präsentiert von der Societe General. Mein Name ist Bastian Galuschka und wir wollen uns heute den Dow Jones aus technischer Sicht etwas näher ansehen. Der Index in der Vorwoche natürlich, muss man schon fast sagen, wieder von Allzeithoch zu Allzeithoch unterwegs gewesen. Es war dann nicht mehr ganz so einfach, die nächsten Ziele zu bestimmen. Ich denke, wenn Sie die täglichen Ausblickvideos vielleicht auch auf dem Godmode Jeter gesehen haben, haben wir es ganz gut hinbekommen. 29.000 war wichtig und dann für die zweite Wochenhälfte die 29.360. Im Freitagshoch wurden es 29.374 Punkte. Was man sagen muss, ist, dass natürlich mittelfristig der Trend voll intakt ist, kurzfristig der Index aufgrund der Entwicklung in der Vorwoche aber erneut überhitzt ist. Das dürfte sich heute bereits rächen. Wir notieren in der Vorbörse deutlich schwächer und dürften rund 100 Punkte niedriger eröffnen. In Verbindung mit dieser eher seitwärts gerichteten Kerze am Freitag und der weißen Kerze vom Donnerstag könnte sich somit ein 3-Kerzen-Umkehrmuster ausbilden. Es wird also wichtig sein, was die Käufer heute mit dieser schwachen Eröffnung anfangen. Kann sich der Index nochmal nach oben arbeiten, neue Hochs markieren wäre das natürlich bullisch. Bauen wir die Kursverluste weiter aus, beispielsweise in Richtung 29.130. Das war ja hier der Tiefbereich vom Donnerstag. Dann haben wir ein klassisches 3-Kerzen-Umkehrmuster und dürfte dies erstmal zu Abgaben führen an das Ausbruchsniveau. Zum einen an die 29.000, darunter dann auf die 28.870. Das wäre also das bärische Szenario. Bekommen wir heute eine Reversal-Kerze hin, dann werden die nächsten Ziele 29.5 und auf Sicht einiger Tage, Wochen dann auch die 30.000. Um 30.000 dürfte, denke ich, dann auch der ein oder andere Bulle äußerst zufrieden auf den Verkaufsbutton drücken. Was Absicherungen anbelangt, habe ich den analytischen Stopp bislang unter diesem Tief bei 28.376. Es wäre mit der Entwicklung in der Vorwoche meiner Ansicht nach aber auch möglich, den Stopp jetzt bereits auf 28.789 nachzuziehen. Dann ist das hier irgendwie eine Impulsauffächerung oder ähnliches, eine überschießende Korrektur, dann sollte das Zwischentief hier nicht mehr unterschritten werden, um den Aufwärtstrend zumindest kurzfristig fortsetzen zu können. Das Ganze wie gewohnt auch noch einmal hier im Stundenchart unter der Lupe. Wie man sieht, ist eigentlich das Kursmuster ohne die Vorbörse der letzten Handelsstunden positiv zu werten. Hilft aber alles nichts. Wenn die Vorbörse eben hier unten taxiert, dann müssen wir uns mit dieser neuen Ausgangslage auch auseinandersetzen. Das heißt, unter 29.290 sind erstmal die Abwärtsrisiken dominant und das Zwischentief in Verbindung mit dieser deckelnden Trendlinie um 29.1.77 könnte ein Etappenziel für heute sein. Hier wird sich dann entscheiden, ob wir im Intraday-Verlauf eine Erholung hinbekommen oder ob der Index, wie schon angedeutet, weiter nach unten abdriftet. Ab 29.1.30 kann er dann richtig zur Unterseite beschleunigen. Da hätten wir dann auch dieses Kursmuster der bärischen Umkehr im Tageschart vollendet und ein Ziel wäre dann 29.054 in etwa, also der EMA 50 auch auf diesem Niveau. Das sind also hier wie eingezeichnet die Abwärtsrisiken. Bleibt die Schwäche intakt. Arbeiten wir heute oberhalb von 29.1.80 dagegen wieder die Widerstände ab. Also erholen wir uns wieder in Richtung 29.2.90 wäre das dann für die Folgetage durchaus eine gute Ausgangslage den Trend fortzusetzen. Kurzfristige Absicherungen hatte ich ja schon gesagt, kann man nachziehen. Im Stundenchart wäre beispielsweise auch hier dieses Tief vor dem Upgap bei 28.9.68 verwendbar. Wie man auch sieht, verläuft in dem Bereich in einigen Stunden die Aufwärtstrendlinie seit 6. Januar. Auf der Oberseite bleibt es oder bleibt das Allzeithoch bei 29.374 natürlich jetzt der Trigger, das ist klar. Und darüber wäre dann 29.500 das nächste Trendziel. Also das wäre die bullische Variante. Schneller Konter heute, Rückeroberung der 29.90 und dann eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung. Wenn Sie etwas handeln möchten auf den deutschen, ich sage schon auf den deutschen Leitindex, auf den US-Leitindex natürlich, gestern hatten wir ja Feiertag, das heißt wir starten heute erst in die neue Handelswoche, habe ich Ihnen wie immer zwei Derivate mitgebracht mit der WKN SR5 BUU, ein Turbo Endless Call, Basispreis gleich Knockout-Schwelle bei 26.438 Punkten, der Hebel bei 10.4 und die Short-Variante mit der WKN SC6 DND, ein Turbo Endless Put, Basispreis gleich Knockout-Schwelle bei 32.044 Punkten, der Hebel bei 10.4 auch hier. Wie immer an dieser Stelle wünsche ich Ihnen viel Erfolg und würde mich sehr freuen, wenn Sie morgen wieder mit dabei sind beim nächsten SG-Index-Check am Mittag. Machen Sie es gut. Tschüss. Machen Sie es gut. Tschüss.